Alle Einheiten. Lasterfahrer in Schwierigkeiten. Finanzviertel. Könnten Hammerheitsleute sein. Ich muss hin. Hey Peter, ich wollte dich mal melden. Hast du zu tun? Ja, schon. Wie läuft's mit den Aufgaben? Meinst du Hausaufgaben oder Spinnenaufgaben? Beides, aber Schule geht vor. Die Schulsagen sind fertig. Ich sitze gerade in den Spinnenaufgaben, aber... Warum lässt du mich Physik und Analysis befinden? Sollte ich nicht mit Netzschießern und Geräten und so üben? Okay, Quizfrage. Wenn ein Pendel 40 Meter lang und in einem Winkel von 45 Grad befestigt ist, wie tief fällt es an seinem tiefsten Punkt? 11,72 Meter. Ist das wichtig? Es ist sehr wichtig, wenn du das Pendel bist. Was? Warte, du rechnest das alles im Kopf aus? Ich meine, während du durch die Stadt schwingst? Das muss ich. Und du auch, wenn du gut darin werden willst. Wow, das wusste ich nicht. Okay, dann mach ich lieber weiter. Um Leute, um mir zu helfen. Es kommt die... Um mir zu helfen. Wenn ihr diese Energie nur in die Auswahl eurer Klamotten stecken würdet. Die hohen Verstärkung. Was dauert da so lang? Achtung! Mach ihr Mauchen, Verstärkung! Wir werden immer weniger! Ihr Jungs wisst einfach nicht, wann Schluss ist. Das ist bewundernswert. Wir verlieren zu viel Jungs! Bist du lebensmüde, hm? Ich nehm die Tür! Du nimmst zwei die! Veroben! Wer hat jetzt eine Gläser mit? Verstärkung zur Tür! Hau lieber ab! Hohle mich hier raus! Verhacken mich! Wir haben den Bonus versprochen, wenn wir die Spinne erledigen. So ein Mist! Leid an zweiter Hinschreisen! Ich vernehme die Tür! Kinder los! Fast wäre die Tür offen gewesen! Vorsichtig! Du bist ein Vordermann! Gerückt sein, bitte! Ich würde mich ja verneigen, wenn es nicht so arrogant aussehe. Danke, Spider-Man. Das war echt knapp. Hey, MJ, was gibt's? Hammerheads Jungs greifen ein Oscorp-Versandzentrum bei Seaport an. Okay, ich mach mich auf den Weg. Eine Frage. Wir wissen, dass Hammerhead die meisten Sable-Waffen schon hat und die Ausrüstung, die die Polizei hatte. Jetzt klaut er Sable-Technologie, die nach Sumcaria soll. Wo lagert er das ganze Zeug? Keine Ahnung. Aber wenn wir es rausfinden, hat er nichts mehr davon. Ich werde mir die Aktivitäten seiner Männer mal auf der Karte anschauen. Vielleicht sticht ein Ort heraus. Guter Plan. Hey, ich hab mich über die Situation in Sumcaria informiert. Der herrschende Diktator greift sein eigenes Volk an. Silver Sable hat die Rebellen im Alleingang bewaffnet und schlägt zurück. Aber sie verliert. Klingt, als könnte sie das Zeug brauchen, das Hammerhead ihr klaut. Das erklärt, warum sie so wütend ist. Und verzweifelt. Vielleicht, aber ich glaube, wütend ist einfach ihr normaler Zustand. Ich lass dich wissen, was ich im Versandzentrum finde. Er ist hier! Bewegung! 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 Hey! Warum wollt ihr schon gehen? Ihr scheint es wirklich eilig zu haben. Das hat doch wohl nichts mit dem ganzen Diebelschut dahinten zu tun, oder? Das ist sicher alles nur ein riesiges Missverständnis. Die Polizei kommt gleich und hilft, euch die ganzen Sachen zurückzugeben. Hier bleibt ihr. Ich helfe euren Freunden. Ich muss den anderen Laster einholen. Er ist auf dem Garten! Oh nein, du hast mich! Schön, du hast gewonnen! Und dein Preis ist eine einfache Fahrt nach Rikas. Okay, noch zwei. Was? Sie bringt noch jemanden um! Was zur Hölle ist das? Zeig jetzt! Wir kümmern, wir müssen hier raus! Nein, nein, nicht der Park! Sie singt ab uns! Was du nicht dachtest, voll viel an! Ah, tut mir leid wegen der Obstplatte! Es sah echt gut aus! Wenn ihr Typen früher angehalten hättet, wäre das hier jetzt gar nicht nötig! Okay, zurück zur Jagd! Ach, Sable! Was machst du denn? Du machst alles nur schlimmer! Überlass die restlichen Typen mir! Nein, wir dürfen mit den Sachen nicht entkommen! Solltet euch wirklich einen anderen Job suchen! Aber vielleicht stimmt ja eure Work-Life-Balance! Wer weiß das schon! So, jetzt hört auf zu stehlen! Okay? Bitte! Verlegt das gesamte Finanzviertel! Bin gespannt, dass Samus'n das zu sagen wird! Komm, ich schenke die Drohnen los! Ver- Komm, ich schenke die Drohnen los! Verstanden? Sie kommen! Kamerhead hat jetzt Drohnen? Er modernisiert seine Geschäfte tatsächlich! Die Drohnen sind jetzt der Table her! Ich sollte ihr helfen, oder? Ja, okay! Eine weniger! Und geerdet! Ich muss auf den Flügel, um beide Netzschießer zu benutzen! Sable, nur damit es wirklich klar ist! Ich versuche gerade, dir zu helfen! Weg! Da! Klar! Sobald ich die restlichen Drohnen ausgeschaltet habe! Hey Sable! Du hast freie Wahn! Ich nehme mal an, Schweigen bedeutet auf Syncarianisch! Danke! Okay, jetzt zum letzten Laster! Okay! ganz ruhig ganz ruhig wo ist wenn ich rede bin ich tot also zu was zu tun muss hör mal wir wollen doch beide das gleiche gemeinsam können wir ihn finden glaub mir okay wir arbeiten zusammen wie partner ja partner also du meldest dich sie ist zu siebenundsiebzig prozent kein roboter sie ist gut aus bei dir achtung alle einheiten körperverletzung klingt nicht gut ich sehe lieber mal nach bist du verletzt Hey Peter, Miles, hast du die Aufgaben fertig? Ja, ich weiß jetzt, warum das wichtig ist. Aber hör mal, diese Netschießer in deiner Tasche, sind die für mich? Ja, aber erst wenn du bereit bist. Was wolltest du an meiner Tasche? Sie war offen. Ich konnte sie sehen und mir ist aufgefallen, dass die Düsengröße und Formen mit deinen übereinstimmt. Ja, und? Nach dem Rückschirmgesetz besteht bei gleichen Faktoren ein linearer Zusammenhang zwischen Kraft und Dehnung. Aber wir beide sind nicht gleich. Wow, du hast recht. Schon ein paar Pfund beeinflussen die Dehnfestigkeit, den Netzflüssigkeitsverbrauch. Und anderes, aber ich hab schon alles berechnet. Wenn wir den Düsendurchmesser einfach um 0,7 Millimeter verringern, gleicht sich alles aus. Ich glaube, ich hab dich ganz offiziell unterschätzt. Das ist gut, oder? Du bist anscheinend mehr als bereit für die Praxis, sobald ich mit Hammerhead fertig bin. Ja. Kann ich in der Zwischenzeit schon mal mit den Netzschießern üben? Nein? Und wenn du nur das Haus verlässt, blase ich alles ab. Mann, der coolste und spießigste Superheld aller Zeiten. Hey, wer ist da? Das ist nicht eine Liga, Männer! Es kommen noch mehr! Spider-Man! Das reicht nicht, ruf mehr Leute! Ich kümmere mich um die Tür! Bringt ihn um! Ach, Mist! Die Tür gibt nach! Wir haben's gleich, Jungs! Bleibt ein Spider-Man krass! Ich übernehme die Tür! Fast wäre die Tür offen gewesen! Könnte der nächste Trupp vielleicht was zu essen mitbringen? Ich krieg langsam Hunger! Sieht ihr wieder an der Tür! Hilfe! 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 Humor! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Hammerheiz-Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Mach mal Pause. Schnapp Spiderman! Dort ist er! Holt ihn der Wolfgang! Da! Spiderman ist hier! War nicht fertig! War zum Teufel! Hey. Du musst mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja. Ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Simkarier bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich hab gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja. Diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen. Wo sie hin sind? Keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Was、 und die dir. Ich gehören ... Lager. ... ... ... ... Vielen Dank.